Dieses Jahr haben mich so wenige Menschen in Lübeck besucht, dass ich unbedingt herausfinden will, was sie so machen und wie es ihnen geht in dieser schweren Zeit. Rosemarie hingegen packte schon mal ihre Koffer und freute sich auf die große abenteuerliche Reise, die nun auf sie wartete. Ein bisschen klamm ums Herz wurde der kleine Maus dabei schon. So weit war sie noch nie von zu Hause weg gewesen. Aber ich muss herausfinden, was die Menschen in dieser Zeit machen, sagte Rosemarie laut zu sich selbst. Und das schaffe ich auch. Zu einer langen Reise aufzubrechen ist schön. Aber am Ende einer langen Reise endlich nach Hause zurückzukehren, das ist noch viel schöner. Es gibt nur einen richtigen Ort, um Weihnachten zu feiern, dachte Rosemarie. Zu Hause. Ausatmen. Ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020